Ich habe ja zwei Comedy-Specials draußen, die man auf verschiedenen Streamern sehen kann und als das erste Comedy-Special kam, habe ich gewusst, dass das mit 200 Untertiteln weltweit so anklickbar ist. Also habe ich die damals gefragt, sag mal, darf ich die Untertitel machen? Weil da ist viel, da kommt viel vor, was aus der deutschen Kultur, das ist schwierig zu übersetzen. Und dann haben gesagt, nein, Enissa, nein, we have the best subtitle department. Ich weiß gar nicht, warum ich einen persischen Akzent mache an der Stelle, aber es war so ein bisschen wegen dieser Attitude, diese persische Attitude. We are the best of the best of the best. We mach Subtitles, du machst keine Subtitles. Okay, die werden schon wissen, was sie machen. Und mein Angebot war ja nur, komm, ich mache das auf Englisch und dann macht ihr in die anderen Sprachen. Aber nein, sie wollten selber. Also sehe ich zum ersten Mal mein Comedy-Special und ich sitze da und denk so mittendrin, komm, ich mach mal Untertitel an auf Englisch. Mal gucken, ob die es übersetzt haben. Jetzt habe ich in diesem Special ganz oft das Wort Alter benutzt. Ja, weil ich wollte, dass es so ein lockeres, so ein Streetslang-Special wird. Also habe ich ganz oft gesagt, und dann ist das passiert, Alter. Und dann wisst ihr, und weil ich Frankfurterin bin, habe ich es ein bisschen Frankfurterisch ausgesprochen, ein bisschen hessisch und sage, alle. Also sage ich voll oft und dann ist das passiert, alle. Und dann sind wir da und dann alle, kommt der Typ und sagt, das ist kein Spaß, das ist ein Fakt. Dann steht da, and then I did this, Allah. Original. Fuck. Bei jedem Satz steht, and then this happened, Allah. And then we went there, Allah. Ganz anderer Inhalt auf einmal. Dann habe ich diesen Streamer angerufen und sagt, sag mal, ihr habt mir gesagt, ihr macht selber. Und jetzt habt ihr so ein Mist. Und dann meinte ich so, oh, was ist denn passiert? Ich so, ich habe alle gesagt, alle. Ihr hättet auf Englisch sagen müssen, mate oder dude, dude. I did that, dude. And then this happened, dude. Und die meint so, oh, I'm sorry. Und ich so, was für, I'm sorry. Und dann meint die so, wir sind digital, wir können das jetzt ändern. Und ich so, oh. Und dann habe ich gemeint, nein, lass stehen. Dann rede ich im zweiten Special darüber. Aber dann sagen die mir, und dann haben die mir gesagt, aber wir möchten dir was sagen. Deine Zahlen sind unglaublich. Ich so, ja, because I had help from Allah. Weil so oft, wie ich, Allah gesagt habe, Alter. Vielen Dank.